Ja, die krasse Schnur, ich hätte auch mal so einen lustigen Hänger gehabt, oder? Ich denke, scheiße, Hänger gehabt, dann haben wir keine Schnur. Du filmst mich da jetzt nicht, oder? Nein, keineswegs. Als ich damals den Hemming-Ref eingebracht habe, wie man den alten Mantel lassen mehr spielen müsste, schon zwei Fehler, warum denn das? Sie krasse empfindlich, oder? Ja, weißes Maul, schön langsam. So. Das ist eine Meerbrasse. Im indischen Ozean habe ich mal eine. Die ist aber blieben. Wenn die nicht gleich nochmal abgeht, die schmilzt gerade sie mal nicht an. 7366 Punkte. Okay, komm. Aber you'll find it and do, okay.